Murixin-Abdichtungssysteme sind in verschiedenen Materialtypen erhältlich. Murixin bietet neue Technologien wie MS-Polymere, Polyurethanabdichtungen oder mineralische Dichtschlemmen an. Vor Beginn der Arbeiten erfolgt die Untergrundbeurteilung, Prüfung sowie die Untergrundvorbehandlung. Ein geeignetes Verfahren zur Vorbereitung ist das Strahlen mit Hochdruckwasser. Bevor mit den Reprofilierarbeiten begonnen wird, wird der Untergrund vorgenässt. Das Anmischen der Murixin-Haftschlemme Repol HS1 erfolgt gemäß den technischen Angaben am Produkt. Wichtig ist für den nachfolgenden Reprofiliermörtel, dass er auf die nasse Haftschlemme aufgebracht wird, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Eine angetrocknete Haftschlemme hätte eine trennende Wirkung. Wasser im Anmachgebinde vorlegen, den Trockenmörtel zugeben und mittels elektrisch laufendem Rührwerk mischen. Die Haftschlemme dünn auftragen. Dieser Arbeitsgang kann mit einer Bürste ausgeführt werden. Danach den gewählten Reprofiliermörtel, in unserem Fall der Murixin Leichtmörtel Repol LM20 Lite, in einem geeigneten Gebinde mit einem elektrisch laufenden Rührwerk gemäß den Angaben am technischen Merkblatt oder den Angaben am Gebinde anrühren. Der fertig gemischte Reprofiliermörtel kann händisch oder mit einem geeigneten Nassspritzgerät maschinell aufgetragen werden. Hier gilt, immer frisch in frisch arbeiten. Mit dem Reprofiliermörtel wird mittels Kelle eine normgerechte Hohlkelle im X-Bereich ausgebildet. Sobald der Reprofiliermörtel ausgetrocknet ist, wird eine Grundierung aufgebracht. Sie richtet sich nach dem verwendeten Abdichtungssystem. Hier wird bituminös abgedichtet und daher mit dem Murixin-Bitumen-Voranstrich LF400 grundiert. Als Alternative kann der Murixin-Abdichtungsgrund AG3 eingesetzt werden. Das Auftragen der Grundierung erfolgt mit geeignetem Werkzeug. Nach der angegebenen Ablüftezeit wird mit der Abdichtung begonnen. Die erste Lage der Abdichtung wird mittels Zahnspachtel in gleichmäßiger Schichtstärke vollflächig aufgezahnt. Je nach Lastfall wird in die erste Lage vollflächig das Murixin Energy Textile eingearbeitet und mittels Glättkelle glatt gespachtelt. Auf eine normgemäße Überlappung des Murixin Energy Textile ist zu achten. Bei Innen- und Außenecken wird die Verstärkungseinlage über die Ecke geführt. Die Murixin-Dickbeschichtung 1K Express ist wie alle einkomponentigen Produkte bereits fertig angeteigt und direkt ohne weiteres Zutun aus dem Gebinde verarbeitbar. Nach Aushärtung der ersten Lage kann mit dem Auftragen der zweiten Schicht begonnen werden. Normgemäß sind Abdichtungen immer zweilagig auszuführen. Nach Aushärtung der zweiten Lage kann mit einer Perimeterdämmung begonnen werden. Zum Verkleben der extrudierten Dämmplatten kann der einkomponentige Murixin-Bitumenspachtelkleber BS 1K Profi verwendet werden oder die zweikomponentige Murixin-Dickbeschichtung 2K PS oder die zweikomponentige Murixin-Dickbeschichtung 2K Standard. Die extrudierten Dämmplatten werden mit einem Dämmstoffschneidegerät auf das passende Maß zugeschnitten. Der Murixin-Bitumenspachtelkleber BS 1K Profi wird in der Randwulstpunktmethode auf die Dämmplatte aufgebracht. Beim Setzen der Platten ist auf einen normgerechten Verband zu achten. Bei der Verwendung von zweikomponentigen Produkten werden beide Komponenten im Gebinde mit einem elektrisch laufenden Rührwerk mittels T-Rührer vermischt. Bereits am folgenden Tag können mit dem Hinterfüllen der Baugrube die Abdichtungsarbeiten abgeschlossen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017